Beenden wir unseren kleinen Rundgang durch die Kommunikationsfunktion mit den Mitteilungen, den Boards und der PIN-Wand. Wir haben zuerst die Mitteilungen, das Lehrerboard und das Schülerboard. Die Mitteilung und die Boards haben die Aufgabe, schnelle und kurze Informationen an die jeweilige Gruppe zu bringen. Wenn wir uns die Mitteilungen mal einzeln anschauen, Überschrift, Text, Farbe und Löschzeitpunkt, im Lehrerboard analoge Aufbau und im Schülerboard derselbe Aufbau. Worin unterscheiden sich jetzt an sich diese drei Möglichkeiten der Mitteilungen? In der Mitteilung selbst geht es an alle Mitglieder, hier in dem Beispiel an die Institutionen, beim Lehrerboard und beim Schülerboard, da geht es an spezielle Zielgruppen. Sind die Mitteilungen und die Boards in der Klasse aktiv, sehen wir das in der Übersichtsseite der Klasse. Hier sind die Mitteilungen und hier ist das Schülerboard. Mitteilungen gehen an alle, sowohl Schüler als auch Lehrer. Und Schülerboard, hier gehen die Mitteilungen nur an die Schüler. Wir umgehen also das Problem bei dem Messenger, wo also alle Mitglieder der Klasse informiert werden. Hier könnte ich also direkt nur an die Schülergruppe Informationen als Klassenlehrer oder als Fachlehrer weitergeben. Die dritte Möglichkeit, Informationen an die Klasse weiterzugeben, wäre die Pinnwand. Ich befinde mich auf der Übersichtsseite einer Klasse und Sie sehen hier in den Funktionen die Pinnwand nicht eingetragen. Der Hinweis, Grundsatz Nummer 2, alles Wichtige ist unten, die Pinnwand befindet sich immer am Ende der jeweiligen Übersichtsseite. Was ist jetzt das Besondere einer Pinnwand? Zum Ersten sammelt Sie alle Mitteilungen, die entsprechend per Mitteilung oder per Board weitergegeben wurde. Und Sie können im zweiten Punkt einen neuen Eintrag erfassen. Und wenn wir uns das jetzt mal genau anschauen, dann sehen Sie, es ist nicht nur eine Mitteilung, sondern wir könnten hier auch eine konkrete Aufgabe, nicht mit der Funktion Aufgabe, sondern mit der Funktion Pinnwand, an die Klasse stellen. Der Vorteil ist, Sie können hier Bilder einbinden, Audiodateien, Videodateien, weitere Dateien. Sie können benachrichtigt werden, wenn der jeweilige Schüler oder die Schülerin einen Kommentar hinterlassen hat. Per Vorschau können Sie sich Ihren Eintrag nochmal anschauen, der dann im Anschluss veröffentlicht wird. Es stehen Ihnen also zum Beispiel in der Klasse verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten, sprich Kommunikationsfunktionen zur Verfügung, um mit Ihren Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten. Die E-Mail, die Mitteilung, das Schülerboard, das Lehrerboard und der Messenger und die Pinnwand. Zum Abschluss noch ein kleiner praktischer Hinweis. Ich kommuniziere natürlich auch über diese Module mit meinen Schülerinnen und Schülern, nutze allerdings in einer Klasse oder einer anderen Institution die Mitgliederliste, denn hier kann ich sowohl eine Klassen-Quick-Message schreiben, als auch über die weiteren Funktionen direkt an den jeweiligen Schüler oder die Schülerin oder eine E-Mail schreiben. Das gleiche gilt auch, wenn ich an alle Schüler schreiben möchte, dann hätte ich hier die Funktion E-Mail. Und Sie haben also auch gesehen, die Pinnwand ist hier für die Aufgabenstellung sehr effektiv. Sie entscheiden, welche Kommunikationsform Sie mit der Klasse wählen. Messenger die Dialogform, alles andere sind Informationen auf einem Weg.